da noch heute sieht wirklich aus ich meine da gibt ja noch ein laut aus was geht hört man eine mk 16 ich auch dann können wir aber magazine tauschen ich habe auch nicht herausgefunden wie ich das mit den runden zahlen ändern kann die steht auf standard aber ich habe jetzt nicht gefunden wie ich das wie ich das ändern im menü ich bin bereit dann los und bin ich alleine was nicht diese 2d bäume dahinten ja aber und diese und die wald und die wald tapete hier oben rum siehst du das auch meinst du die schlecht ausgeschnittene wald tapete oben oder meinst du die in der skybox den den riss okay da unten ist direkt wer jemand anderes fenster oder so wollen wir da finden in den burger king ich höre es unter mir laufen ja der war da unten aber ich wurde zurückgesetzt wenn ich darüber gucke werde ich zurückgesetzt erstmal gucken wie man hier rauskommt rauskommt ich höre sie hier direkt unter uns trapsen ich höre sie hier Was ist das? ist ja du bist das haben die auf dich geschossen vorhin ja ich glaube okay weil hier unten auch einschläge waren von da drüben irgendwo bin ich denn hier im raum da so am besten so umdrehen okay das ist die fronttür ich guck mal hinten raus ok hinten sieht sauber aus man sieht dass die karte von dem typen ist kommt zu dir die sind die sind wieder oben nach diesen dickeren dingern platziert und haben dann wollen wir zum burger king ja auf jeden fall das war noch nie ein fehler egal in welchem spiel ok ich renne rüber zum roten da sind sie zwei mann granate lauf 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 bereit zu langsam danke oh ach ich bin zu unfähig natürlich statt visier wird zu sehen ich kann einfach nicht mit mit der vergrößerung umgehen wow im haus der war in der war in dem haus noch mehr ja und ich nehme ich nehme auf jeden fall wieder ein anderes visier vierfach ist mir zu vielleicht auch das klappt ding ja das habe ich auch drauf das ist gut jetzt mache ich den laser der oben drauf gesetzt wird und in dem visier rein confirm muss ich machen ja 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 so das war die couch also mir ja also an sich gefällt mir die karte sehr gut aber das sieht alles ziemlich schäbig sehr wir sind wo o o Bei uns ist das Werk an der letzte Treppe Ich bin hinter dir Kommen welche? Mhm man hörts überall Gefährlich ist wenn sie sterben und ihre Waffen nochmal abholen Ich hab ein Flashbang bereit Danke einhändig Ja Wollen wir? Ja Oh da kommt Ich wusste dass das passieren wird Reithalten Ah wo bist du? Bei mir bist du schon an mir vorbei Danke Hier keine Flashbangs mehr? Ne ich hab auch keine mehr Oh ich seh sie links an dem Fenster Muss aufpassen sie sind zwar verbarrikadiert aber da sind kleine Sichtschlitze Wow da steht wer Zwei Mann drin Direkt kommt Uh Hast nen lustigen Hüpfer gemacht So So Wieder in der Raummitte zurück Gleiches Song nochmal Woh kulasse mal Genau Ich taxi Mal Obter Oh Mal Diver G Ich bin jetzt unten. Ich bin hinter der Treppe auch unten. Ich werde aber rechts aus dem Fenster, aber scheiße. Rechts das Fenster, kommen hier in die Nische. Die schießen rechts durch das Fenster, deswegen war ich hier in Entdeckung, ich habe kurz darüber geguckt. Ich habe den rechts durchs Fenster, habe ich wohl links durch das Brett erschossen. Hier ist so ein kleiner... Das ist unnormal. Okay. 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 Das war's. Scheiße Ich glaube wir haben keine Spritzen mehr Ich glaube ich habe alle aufgebraucht Da hinten wäre eine Kiste Ja, war nicht so erfolgreich Ich brauche mehr Spritzen Hm Hm Du musst dich abteilen Uh Hau Nun ja Ich bin unterwegs Na Bereit Ducken Ja Weiss Wurde Wurde Sollen wir doch einfach hier drin warten dass alle gekommen sind Oh ja, ich duck mich. Danke. Wird das ein letztes Stockwerk? Ne. Ne. Wird echt nicht besser. Oben bleiben, Treppe vermieden. Ganz hoch kommen sie nicht. Sagste, wir könnten also hier bleiben. Das habe ich noch nicht gesehen zumindest. Das habe ich noch nicht gesehen. Die mögen mich nicht. Wo bist du? Bärkwärm. Die mögen mich nicht besser. Shit. Ich nehme alles zurück, ich nehme alles zurück, im Balkon gegenüber war gerade einer. Ist das klar? Waffe hat nicht geschossen. Ist das klar bei dir? Waffe hat er nicht geschossen, warum auch immer. Und dann habe ich sie fallen lassen. Vor Panik, die Pistole rauszukriegen. 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 Die Pistole nicht mit meinem ersten Stockwerk. Aber ich kann nicht schießen. Das geht noch. Das geht nicht. versuchen sie mit granaten das geht hier gerade ziemlich gut ok kann sehr gut wenn wir unten sind dann brunnen lang gehen und rüber gucken und dann so, das geht sehr gut ich höre ich aber gerade keinen mehr 6.000 meins wir haben eine chance das ist mit dem burger king zu versuchen vorsichtig ja vielleicht ja komm mal mit pass auf das hier war mein problem stehe hier alles gut ja das bin ich jetzt geht's vorführeffekt ich konnte hier nicht schießen mit der waffe aber ich konnte zurückgehen und konnte schießen granate ich warte noch einen augenblick weil der was geworfen hatte das scheint nicht zu explodieren ich habe keine spritze oder ich kriegste gerade nicht gegriffen ach es war klar genau in dem moment ich habe es geahnt gibt es noch so bla 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ein tiefer war das, ne? Ja Oh, wir sind wieder direkt neben dem Burger King Und da laufen sie auch schon So rum Kabel nicht um die Füße drehen Bin im Erdgeschoss Bin wieder Ja, mach mal komm' Hab's geschafft, ich bin im Burger King Woah Kacke Hör mich auf der Rampe Ich schätze mal, du kannst das knicken Ich werde vorher verbluten, aber Vergiss es Ja, mach mal Ja, mach mal Ja, mach mal Ich weiß nicht, ob das Ware schon erschossen wurde Woah, mach mal Ja Ähm The Hook Eins mach ich noch, dann brauche ich erstmal essen Ja, The Hook Sand Oasis Seastorm Diese Ölbauplattform Almadena Dieses Wüstendorf Gute Frage Gute Frage Eine Standardkarte Eine Standardkarte Und wir können auch die Dschungelkarte Und wir können auch die Dschungelkarte